Willkommen auf dem Kanal die Reparaturzeit. In diesem Video werde ich über den Einhell GC CT1824 Lithium Akku Rasentrimmer sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Mit dem Einhell Akku Rasentrimmer GC CT1824 Li lassen sich Gartenrasenflächen mit Ecken und Rändern flott in Form bringen. Das heimische Grün wird schnell und bequem zugeschnitten und das völlig flexibel. Der Akku Rasentrimmer ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power Exchange Systemreihe. Akkus der Systemfamilie können in allen Geräten der Systemreihe aus den Bereichen Garten und Werkstatt eingesetzt werden. Der Rasentrimmer ist mit dem Flower Guard von Einhell ausgerüstet. Blumen und Zierpflanzen werden effektiv vor Beschädigung geschützt. Der stufenlos teleskopierbare Führungsholm stellt sich ganz auf die Bedürfnisse des heimischen Gärtners ein und ermöglicht so ermüdungsfreies Arbeiten. Mit einer Umdrehung des Messers von 8500 RPM ist der Akku Rasentrimmer ein kraftvoll ausgestatteter Helfer und sorgt für gepflegtes Grün auf Rasen, Außenanlagen und an schwer zugänglichen Stellen im Garten. Die Schnittbreite des Messers beträgt 24 cm. Zum Lieferumfang gehören 20 Stück Kunststoffmesser, ein 2,0 Ampere Stunden Akku und ein Systemladegerät. Der flexible und agile Gartenhelfer für den ambitionierten Hobbygärtner. Der Einhell Akku Rasentrimmer GC CT1824 Leakit bereitet große Freude bei der alltäglichen Arbeit im eigenen Garten. Das leistungsstarke Mitglied der Power Exchange Familie pflegt kraftvoll mit einer maximalen Drehzahl von 8500 Umdrehungen pro Minute sowohl den heimischen Rasen als auch schwer zugängliche Engstellen im Garten. Die Schnittbreite des Messers beträgt 24 cm. Im Lieferumfang sind 20 Kunststoffmesser, ein 2,0 Ampere Stunden Akku und ein Ladegerät enthalten. Für die perfekte Gartenpflege. Ein praktischer Zusatzhandgriff lässt den Rasentrimmer zielgerichtet zum Einsatz kommen. Außerdem erhöht er die Sicherheit für den Benutzer. Inklusive Zubehör. Mit im Lieferumfang enthalten sind 20 Kunststoffmesser. Sie ermöglichen ein einfaches Trimmen an Kanten und Hindernissen. Sofort mit der Arbeit loslegen. Dank mitgelieferten 2,0 Amperestunden Akku und einem Ladegerät kann mit der Arbeit sofort losgelegt werden. Kabellos und ohne Bewegungseinschränkungen. Zum Schutz der Pflanzen. Zum Schutz von Blumen, Zierpflanzen und anderen empfindlichen Objekten ist das Gerät mit einem Flower Guard Blumenschutz ausgestattet. Unendlicher Aktionsradius dank Einhell Power Exchange. Nie mehr über Kabel stolpern, nie mehr nach Steckdosen suchen, nie mehr lästige Verlängerungskabel durchschneiden. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku aus dem Power Exchange Akkusystem von Einhell sorgt für kabellose Freiheit und ist außerdem mit jedem anderen Power Exchange Gerät kombinierbar. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Kein Sicherungsknopf vorhanden. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Er ist sehr leicht, startet beim ersten Mal, die Montage der Kunststoffklingen ist ein Kinderspiel, einfache Montage, gutes Handling, kein störendes Kabel, normale Lautstärke, der vordere Griff lässt sich verstellen und 20 austauschbare Messer liegen bei. Das war's mit unserem Testbericht zum Einhell GC CT1824 Li Akku Rasentrimmer. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!